Unser heutiger Experte ist Dr. Werner Hagmüller, der Leiter der Außenstelle Thalheim bei Wels. Unser heutiges Thema ist Ausläufe von Schweineställen. Der Auslauf ist ein wesentlicher Teil jedes Bio-Schweinestalles. Damit der Auslauf richtig funktioniert, muss man bestimmte Parameter im Blick haben. Ganz wesentlich ist, dass der Auslauf größtmöglich überdacht ist, weil nur dann ist er für die Tiere attraktiv, sowohl in der schönen Jahreszeit, im Sommer als auch im Winter. In der EU-Bio-Verordnung ist festgelegt, dass Ausläufe zum Teil überdacht werden dürfen. In Österreich legt man dieses zum Teil so aus, dass 10% der Mindestauslauffläche nicht überdacht werden dürfen. Der Rest, also 90%, darf überdacht werden. Wenn man hier in einem Bio-Abferkelstall den Auslauf näher betrachtet, dann sind diese 10% nur etwa 10 cm, die nicht überdacht werden dürfen.